DP Audiobooks präsentiert Lost in Fire von Rose Bloom Gelesen von Jessica Neumann und Till Beck Wir wünschen viel Freude beim Hören. Kapitel 1 New York war bekannt für gute Partys, vor allem an Silvester. An jeder Ecke tummelten sich Menschen, die den Eintritt in das neue Jahr feiern wollten. Es gab Gala-Dinner in Fünf-Sterne-Hotels, eine Riesensause am Times Square, zahlreiche private Partys in irgendwelchen Wohnungen und auch besondere Veranstaltungen, in die nicht jeder reinkam. Meine beste Freundin Delaya hatte zwei Karten für solch eine ergattert und mich überredet, mitzukommen. Eigentlich war ich eher der Typ, der sich zu Hause eine Flasche guten Rotwein aufmachte und das neue Jahr in Ruhe vor dem Fernseher und mit Dinner for One einläutete. Mittlerweile zumindest. Aber dieses Jahr kam ich nicht drum herum, denn im letzten hatte ich Delaya schon versprochen, endlich mal wieder mit ihr einen draufzumachen. Wie mit Anfang 20, als die Stadt noch uns gehörte und wir vor keinem Abenteuer oder One-Night-Stand zurückschreckten. Ja, wir hatten uns die Hörner abgestoßen. Aber mittlerweile war ich 31 und hatte genug von irgendwelchen wilden Partys oder fremden Betten, in denen man am nächsten Morgen mit einem gigantischen Kater aufwachte. Außerdem bekam ich über den Jahreswechsel nie frei und musste übermorgen wieder frisch und konzentriert in der Anwaltskanzlei sein, in der ich endlich seit diesem Jahr als Partnerin eingestiegen war. Spark and Smith. Ich war immer noch stolz, mich nach fünf Jahren harter Arbeit endlich bewiesen zu haben. Und das als Frau, die oft nur mit einem Augenzwinkern und milden Lächeln von den Männern in unserer Branche wahrgenommen wurde. Das wird so gut, sagte Delaya und trippelte auf ihren 10-Zentimeter-Stilettos in dem Industriefahrstuhl hin und her. Das 40-stockwerke-hohe Gebäude war erst vor einigen Wochen fertiggestellt worden und stand noch komplett leer. Außer anscheinend der oberste Stock, in dem die Party stattfand. Ich strich mir mein knappes, rosé-glänzendes Kleid glatt und checkte mein Make-up in der spiegelnden Edelstahlwand neben mir. Meine schwarzen Haare trug ich heute offen, meine blauen Augen leuchteten durch dunkle, smoky Eyes. Eigentlich war ich recht zufrieden mit meinem Aussehen, denn durch die hohen Hacken, die ich aufgrund meines Jobs sowieso gewohnt war, wirkten meine Beine meterlang. Ja, ich konnte sagen, obwohl ich mit meinen Zwanzigern auch die Größe 36 hinter mir gelassen hatte, fühlte ich mich besser als jemals zuvor. Die Tür glitt auf und wir stiegen aus. Der glänzende Steinboden reflektierte das wenige Licht, das von einzelnen Strahlern der Decke herabschien. Es roch nach frischer Farbe und vor allem war es totenstill. Bist du dir sicher, dass die Party hier stattfindet? fragte ich. Die Leier zog zwei Einladungskarten aus ihrer Handtasche. Sie waren schwarz und es standen einseitig nur einige Buchstaben in goldener Schrift darauf. Ja, hier steht ganz klar die Adresse. Ich ging zu einer Tür, die anscheinend zu einem Apartment führte. Dahinter hörte man nichts und am Klingelschild befand sich kein Name. Wie heißt der Typ, der die Party veranstaltet? Kevin oder Colton oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Eddie hat uns die Karten beschafft und sagte, das wäre die heißeste Party in der Stadt. Wir sollten unbedingt vorbeischauen. Toll nur, dass hier überhaupt nichts ist. Sie muss hier irgendwo sein. Die Leier lief den Flur hinunter und winkte mich zu sich. Komm mit! Ich stöckelte ihr hinterher und die Absätze unserer Schuhe halten durch den leeren Gang. Moment! Die Leier drehte die Karte in ihrer Hand und hielt sie gegen das Licht. Hier steht noch was! Und das wäre? Ich spähte über ihre Schulter und tatsächlich, aus diesem Blickwinkel erschienen noch weitere Buchstaben auf dem Papier. Finde die rote Tür, murmelte die Leier und sah mich an. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Ich zuckte mit den Schultern. Ich komm mir vor wie Alice im Partyland. Die Leier schnaubte lachend. Du weißt, halt dich fern von Flaschen, auf denen Trinkmilch steht. Oder weißen Kaninchen mit Hut und Taschenuhr, die kryptische Versprechungen machen. Wir liefen weiter und gingen um die Ecke. Am Ende des immer dunkler werdenden Flurs erschien eine rote Tür. Ha! Siehst du? Triumphierte die Leier. Als wir sie erreicht hatten, hielten wir inne. Gibt es irgendein Codewort oder sowas? Wir sind hier nicht in einem James-Bond-Film, Eve. Meine Freundin lachte erneut. Sie drückte die massive Klinke nach unten und schob die Tür auf. Ich half ihr, denn das Ungetüm war wirklich schwer. Scheiße, das Ding ist nicht gerade für Frauen gemacht. Ich war nun wirklich gespannt, was dahinter erschien. Enttäuschung machte sich in mir breit. Eine Treppe? Ich dachte, wir wären bereits ganz oben. Anscheinend nicht, antwortete die Leier und wir stiegen die Stufen nach oben. Es wurde immer wärmer und ich war froh, dass wir unsere Mäntel in meinem Auto unten vor der Tür gelassen hatten. Plötzlich vernahm ich etwas. Dumpfe Musik schallte durch das kleine Treppenhaus, in dem wir immer höher und höher gelangten. Na siehst du, ich hab doch gesagt, sie ist hier. Die Leier strich sich ihren blonden Pony aus der Stirn. Am Ende der Treppe gab es eine einzige Tür. Wir klingelten und warteten eine kleine Ewigkeit. Die Spannung in mir stieg an und irgendwie fühlte es sich gut an, nach der letzten anstrengenden Zeit mal wieder etwas zu erleben. Viel zu lange hatte ich mich zu Hause verschanzt und war nur zwischen meiner Wohnung und dem Büro hin und her gependelt. Die Tür ging auf und ein großer Typ in einem Anzug begrüßte uns. Das Einzige, was nicht passte, war das winzige Partyhütchen auf seinem kahlrasierten Schädel. Er sah so aus, als hätte man ihn dazu gezwungen und darauf wies auch seine düstere Miene hin. Hi, wie geht's? fragte die Leier. Sie stand auf breite Typen mit Glatze. Ich unterdrückte ein Kichern. Einladung, brummte er nur und die Leier streckte ihm die Karten mit ihrem schönsten Lächeln entgegen. Er nickte und ging einen Schritt zurück, damit wir eintreten konnten. Nun standen wir mittendrin. Vor uns erstreckte sich ein riesiges loftartiges Apartment. Es schien nur aus einem einzigen großen Raum zu bestehen. Auf der rechten Seite befand sich ein gigantischer Wohnbereich mit freistehendem gläsernen Kamin, einer enormen cremefarbenen Sofalandschaft, einem Essbereich mit sicherlich 20 Stühlen und auf der anderen Seite einer offenen Küche. Dahinter war eine graue Betonwand hochgezogen worden, die auf der linken Seite offen war. Vielleicht ging es dort in ein abgetrenntes Schlafzimmer. Überall standen, saßen oder tanzten Menschen. Die Bude war total überfüllt. Ich hätte nicht sagen können, wie viele Leute an diesem Ort heute Silvester feierten, aber es fühlte sich an, als wäre ganz Manhattan hier versammelt. Sofort kam eine Kellnerin und hielt uns ein Tablett mit Sektkelchen entgegen, in denen rote Früchte schwammen. Wir griffen uns jeweils ein Glas und ließen den Eindruck, der auf uns einströmte, wirken. Wow, sagte die Leier. Ja, mehr konnte ich nicht erwidern. Los, lass uns ein wenig umschauen und Eddie suchen. Er muss hier irgendwo sein. Den finden wir hier nie. Und wenn, wir lernen ganz bestimmt andere Leute kennen, mit denen wir feiern können. Hast du die Typen gesehen? Oh ja, und wie ich sie gesehen hatte. Aber nicht nur sie. Auch die Frauen wirkten wie aus einem Modekatalog. Alle trugen feinste Kleidung, die Frauen viel Schmuck, die Männer teure Uhren. Ich verdiente als Anwältin selbst nicht wenig, aber das hier toppte alles. Die Dekadenz strömte nur so aus jedem Gegenstand und jeder Ecke in diesem verdammt bonzigen Penthouse. Wir stürzten uns ins Getümmel, nickten oder lächelten manchen Leuten zu und hatten, obwohl wir niemanden kannten, trotz allem Prunk und Glitzer sofort das Gefühl, dazuzugehören. Irgendwie verband uns wohl alle die Einladung, an die nicht jeder ranzukommen schien. Obwohl ich es nicht leiden konnte, wenn man seine Kohle so zur Schau stellte, war es doch ein kleines Privileg, hier dabei zu sein. Oh mein Gott! rief die Leier gegen die Musik an, die immer lauter wurde, je weiter wir vordrangen. Ein Infinity Pool auf einer Dachterrasse, die größer ist als der Central Park! Wir durchquerten die offene Balkontür und ließen den Geruch von schwerem Frauenparfum und süßen Getränken hinter uns. Eiskalte Luft ließ mich sofort frösteln und ich sah mir skeptisch die Frauen und Männer.